Na gut, so, wenn wir mal einen Blick werfen auf diese Aufgabe 13c. Wir haben gerade schon mal aufgeschrieben, was hier gegeben und gesucht ist laut Aufgabenheft. Also, klein i ist was? Der Strom, ja. So, der Strom in Abhängigkeit von der Zeit. Jetzt kann man es wieder darüber streiten. Eigentlich schreibt man ja in großen Buchstaben. Und weil das jetzt eine Zeitfunktion ist, weil das zeitabhängig ist. Schreiben wir mal in kleinen Buchstaben. T ist die Zeit. So, und das soll eine Zeitfunktion sein. Eine Sinusfunktion mit einer Amplitude von 3,14 Ampere. Jetzt kann man sich schon mal irgendwie überlegen. 3,14, wo kommt einem dieser Zahlenwert herbekannt vor? Das ist Pi. Ja, obwohl es natürlich auch viele Sprüche gibt. Und es gab auch mal einen fantastischen Mathe-Podcast aus Magdeburg mit dem schönen Titel Pi ist genau 3 von Petra Schwer und Thomas Kahle. Kann man auch ganz gut hören. So, also das ist, das sieht schon mal irgendwie nach Pi aus. Dann haben wir hier Ampere als Einheit von dem Strom und haben eine Sinusfunktion. So, und jetzt haben wir gerade schon im Vorfeld so ein bisschen darüber gerätselt, wie man das hier ausspricht. Also das ist ein kleines griechisches Omega und spricht man auch als Omega und das ist wieder die Zeit. So, und dann ist noch was gegeben, nämlich klein Q von T und in der Aufgabe steht vielleicht auch Groß-Q von T. So, was ist Q für eine Größe in der Elektrotechnik? Oh, was ist das, was ist das Themengebiet der heutigen Aufgaben oder dieser Aufgabenwoche so thematisch? Wenn man in die Tabelle reinguckt, die in unserem E-Learning-Kurs drin steht, dann ist das... Und Strom? Ladung. Ja, so, okay, Ladung. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, schreibt man ein großes Q und schreibt man ein kleines Q hin. Ich habe jetzt mal ein kleines geschrieben, weil das ja auch eine Zeitfunktion ist, die von der Zeit abhängt. So, und das ist eine Kosinus-Funktion, die hat minus 10 mA Sekunden als Amplitude und hat noch so ein Offset von nochmal 10 mA Sekunden. Und vielleicht zeichnen wir die auch gleich noch. Das, was man jetzt hier auf jeden Fall ausrechnen soll und bestimmen soll in dieser Aufgabe, ist dieses Omega hier. Ja, also ich schreibe mal hier irgendwie kurz drauf, das nennt sich Omega. Und Omega ist die sogenannte Kreisfrequenz. Mit der werden wir uns vor allem im zweiten Semester ganz viel beschäftigen. Da machen wir nämlich komplexe Wechselstromrechnungen, da hat man ganz viel mit Sinus- und Kosinus-Funktionen zu tun. So, und dieses Omega ergibt sich so aus der normalen Frequenz, das steht auch in der Aufgabe irgendwie drin, nur als Formel, als 2 mal Pi mal F. So, und wie kann man im Normalfall, wenn wir jetzt mal noch kurz weiter über Aufgaben nachdenken, wie kann man die normale Frequenz ausrechnen? Aus, also ich habe eine Sinus-Funktion, ich habe eine Schwingung, wie ergibt sich, wie kann ich von einer Schwingung die Frequenz ausrechnen? Oder wollen wir mal anders anfangen noch, was hat diese Frequenz für eine Einheit? Herz, ja. So, Herz kennt man so von, naja, von Frequenzenebene. Wenn man über Funkfrequenzen spricht, dann hat ein Radiosender irgendwie 100, irgendwas Megahertz und ein Handy funkt mit so und so viel 100 oder Gigahertz und Bluetooth hat 2,4 Gigahertz und sowas. Da kennt man Herz von. So, und Herz ist eigentlich im Prinzip das Gleiche oder was heißt auch ohne eigentlich, das Gleiche wie 1 durch Sekunde. So, jetzt kann man sich schon mal überlegen, naja, jetzt steht da irgendwie Sekunde. Sekunde ist die Einheit von was? Von der Zeit. Also wie kann man vielleicht, wenn ich eine Schwingung habe, wie kann ich von der Schwingung die Frequenz ausrechnen? Wie kann man von einer Schwingung die Frequenz ausrechnen? Irgendwas schwingt hin und her. Ich habe ein Pendel, ja, ich habe ja hier so noch einen guten Polylooks zu stehen oder wie man sagen würde, einen Overhead-Projektor, wo ein Kabel dran ist. In dem Kabel ist auch ein Knoten drin. Da kann man erst mal das alte Spiel Piratenbärte entwirren spielen. So, und jetzt habe ich ein Kabel und da ist ein Stecker dran. Und jetzt kann ich daraus so ein bisschen so ein Pendel bauen und kann das hin und her schwingen lassen. So, und wie kann ich jetzt von diesem Pendel, von dieser Schwingung, ja, das hat jetzt irgendwie eine Frequenz, wie kann ich von dem die Frequenz bestimmen? Ich müsste irgendwie die Periodendauer stoppen, ja. Frequenz, Frequenz ist, Hertz als Einheit ist 1 durch Sekunde, wenn ich 1 durch die Periodendauer rechne, dann kommt eine Frequenz raus. Ja, und so. Und ich meine, wenn ich jetzt das ungefähr, weiß ich, einen Meter lang mache oder sowas mit ein bisschen, könnte das genau in einem 1-Sekunde-Rhythmus schwingen. Ja, wo bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das nicht dann die halbe Periodendauer ist, egal. Aber ich meine, ich könnte auf jeden Fall die Periodendauer messen von einer, bis es wieder zurückgeschwungen ist und 1 durch die Periodendauer ergibt die Frequenz von irgendwas, was schwingt von irgendeinem Pendel zum Beispiel. So, und wenn ich dann die Frequenz mal 2 Pi rechne, dann kommt diese Kreisfrequenz raus, dieses Omega, was hier in der Sinus- und Kosinus-Funktion drin steht. So, und dieses Omega, ja, ergibt sich einfach aus 2 mal Pi mal F, wenn ich da jetzt eine Frequenz in Hertz einsetze. Ah, und da kommen die anderen Studierenden, die ihre Anwesenheit vorhin angekündigt haben. Ähm, also wenn ich das hier in Hertz rechne, mal 2 mal Pi, bringt ja 2 mal Pi keine weitere Einheit mit dazu. Ja, also sollte das Omega was für eine Einheit haben? Ich, ich, ich nehme einfach was in Hertz und rechne das mal 2 und mal Pi. Was sollte denn für das hier für eine Einheit rauskommen? Ich, ich, ich verstehe nicht, warum ihr nicht auf die Frage antwortet. Ist die Frage unverständlich? also ich meine, ist so wie, ich habe irgendwas in Meter und ich rechne das mal 2 mal Pi. Was kommt raus? Auch, auch, auch Meter oder in dem Fall auch Hertz. Pi hat ja keine Einheit. Ja, eine 2 hat keine Einheit und die Pi hat, das Pi hat keine Einheit. Also wenn ich hier Hertz einsetze, sollte ich ja auch Hertz rauskommen. So, und das kommt prinzipiell da auch raus und jetzt schreibt man aber für dieses Omega als Einheit trotzdem 1 durch Sekunde oder manchmal schreibt man auch Radiant pro Sekunde, ja, weil das Pi ja sowas ist wie so ein, oder das 2 Pi ist sowas wie so ein Winkel im Bogenmaß. So, und um eben schon an der Einheit, also im Grunde ist Herz und 1 durch Sekunde genau das Gleiche, aber um schon an der Einheit zu kennzeichnen, es ist entweder eine Frequenz oder eine Kreisfrequenz. Frequenzen schreibt man Herz, Kreisfrequenzen schreibt man in 1 durch Sekunde. So, kann man sich mal schon mal irgendwie so merken. So, und dieses Omega, das sollen wir jetzt ja hier bestimmen in der Aufgabe. So, und jetzt kann man sich noch was überlegen, haben wir vielleicht schon mal in irgendeinem anderen Übungstermin drüber gesprochen oder nicht. Warum brauche ich denn das Omega hier in dieser Sinusfunktion da drin? Also das soll ja eine Schwingung sein, die von der Zeit abhängt. Irgendwas schwingt in Abhängigkeit von der Zeit, so wie mein Pendel, was ich hier gerade gebaut habe aus dem Kabel. Das schwingt auch in Abhängigkeit von der Zeit. So, warum kann ich aber nicht einfach schreiben Sinus von T? Warum muss das ganz unbedingt Sinus von Omega T sein? Und dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe, die mir so einfallen. Genau, also wir, also in der, in der Sinusfunktion, ich kann Sinus von irgendeinem Winkel ausrechnen oder eben ein Sinus von einem Argument und das Argument ist eine Zahl. Ja, ich kann da Grad einsetzen oder ich kann da Radiant einsetzen, was aber im Prinzip nicht so richtig wirkliche Einheiten sind. Ich kann den Sinus auf jeden Fall nur von einer Zahl ausrechnen. Ich kann den Sinus nicht von einer Einheit ausrechnen. Zumindest keine andere Einheit als Radiant oder Grad oder irgendwie eine Winkel Einheit. Also auf jeden Fall nicht von Sekunden oder Minuten oder Stunden oder was auch immer. So, und deshalb, die Zeit, die wir einsetzen, die hat aber die Einheit Sekunden oder Stunden oder Minuten oder was auch immer für eine Zeiteinheit. Und deswegen brauchen wir ganz unbedingt irgendwas davor, ja, was 1 durch Sekunden hat, sodass Sekunden und 1 durch Sekunden Einheiten loswerden. Dass daraus eine Zahl wird. Weil ich kann nur ein Sinus und ein Kosinus und so von einer Zahl ausrechnen. Und ich kann auch nur E hoch eine Zahl rechnen oder nur Logarithmus von einer Zahl ausrechnen. So, das ist schon mal der eine Grund. Also, das Omega hat als Einheit 1 durch Sekunde. Das T hat die Einheitssekunde. Zusammen streichen sich die Einheiten weg. Es bleibt nur eine Zahl über. So, und der zweite Grund ist, wenn ich jetzt nochmal hier auf mein Pendel schaue, ja, dann wenn ich das Kabel jetzt relativ lang mache, dann habe ich ein Pendel, was langsam schwingt. Es hat eine große Periodendauer und eine tiefe Frequenz. Ja, große Periodendauer macht eine tiefe Frequenz. So, und wenn ich das jetzt ein bisschen kürzer halte, das Pendel und das jetzt wieder schwingen lasse, das Kabel hat ein bisschen viel Widerstand und ein bisschen viel Masse gegenüber dem Stecker hier unten, aber jetzt kann man sich schon vorstellen, jetzt schwingt das auf jeden Fall schneller. Jetzt habe ich eine kleinere Periodendauer und eine höhere Frequenz. und das ist auch genau das, was ja, so ein, also, die Frequenz, der Strom, unsere Schwingung und die Ladung hier, die hängen von der Zeit ab und wenn ich einen Faktor direkt vor das Argument der Funktion schreibe, was macht das mit der Funktion grafisch gesehen? und der Necromonger Mongogott, sehr guter Name, hat auch gerade schon geschrieben, damit, Einheiten, damit sich die Einheiten rauskürzen, so, vielleicht, vielleicht hast du auch noch eine Idee, was macht das, was macht das Omega grafisch gesehen in der, in dieser Funktion, was macht ein, was macht eine Zahl, die ich direkt vor das Argument schreibe? Ich habe es gerade schon ein bisschen gespoilert, das streckt und staucht die Funktion in horizontaler Richtung, also wenn ich ein kleines Omega da reinschreibe, dann wird die Schwingung länger dauern, ja, wenn ich ein großes Omega da reinschreibe, dann wird die Schwingung schneller gehen, schneller schwingen, also ein Argument, eine Zahl, ein Faktor direkt vor dem Argument einer Funktion streckt und staucht in diese Richtung, eine Zahl, die ich da vorschreibe vor die Funktion, die streckt und staucht in diese Richtung, ja, eine Zahl, die ich plus, ich rechne die Funktion plus ein Wert, die verschiebt in dieser Richtung und wenn ich eine Zahl hier ran addieren würde oder subtrahieren würde, dann verschiebe ich in horizontaler Richtung, genau, das hat der Necromonger-Gott auch geschrieben, Stauchen und Strecken und zwar in horizontaler Richtung, das macht das Omega, so, ja gut, und das Omega wollen wir jetzt auf jeden Fall bestimmen und irgendwie müssen wir das jetzt rausbekommen aus dem I und dem Q, ja, das sagt uns jetzt diese Aufgabe, so, und das heißt, wir brauchen jetzt irgendwie ein Förmchen, irgendeinen Zusammenhang, der noch so gilt zwischen Strom und Ladung, so, was fällt euch ein? Also, wenn wir irgendwas hätten, womit wir, keine Ahnung, aus der Ladung den Strom ausrechnen und aus dem Strom die Ladung ausrechnen, dann hätten wir vielleicht so einen kleinen Ansatz. Tja, kann ich, wenn ich, nur unabhängig von den Formeln, die denken uns jetzt mal weg, könnte ich irgendwie aus der Ladung den Strom ausrechnen oder kann ich andersrum aus dem Strom die Ladung ausrechnen? also in die Richtung würde ich behaupten, es ist einfacher. So, und da kommt, also hier, der Twitch-Chat ist heute stark, hier kommt die rettende Idee, die da lautet, also Strom haben wir dann, wenn die Ladung sich über der Zeit ändert. Von der Ladung die Zeitableitung ausrechnen, wenn die Ladung sich ändert, wenn Ladung irgendwie hin und her bewegt wird, dann muss ein Strom fließen. Das ist genau die Definition von einem Strom. Zeitableitung von der Ladung. Wir könnten jetzt andersrum auch die Ladung aus dem Strom ausrechnen durch Integration, aber weiß nicht, sind wir vielleicht bei der nächsten Aufgabe. Das ist hier auch eine Möglichkeit das zu rechnen, aber eher die kompliziertere von hinten ein bisschen durch die Brust ins Auge, deswegen machen wir die mal nicht. So, also jetzt können wir ja den ganzen Spaß hier einsetzen, jetzt können wir die Ladung hier einsetzen, ja, leiten die ab, dann müsste wieder im Prinzip irgendwie das hier rauskommen und dann können wir das hoffentlich vergleichen und können daraus die Kreisfrequenz bestimmen. So, also das heißt, wir wollen jetzt diese Funktion hier nehmen und wollen diese Funktion nach der Zeit ableiten. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ideen. So, und wir können wie so immer mit einem scharfen mathematischen Blick hier drauf schauen und können erst mal feststellen, was ist denn die, was ist sozusagen, wenn ich das ausrechnen würde, was ist denn die letzte Rechenoperation, die man rechnet, wenn man das ausrechnet? Was wäre die letzte Rechenoperation, die man rechnet? Ein Plus, ja, weil ich würde erst Punktrechnung vor Strichrechnung, ich würde erst irgendwie das ausrechnen, also ich würde natürlich erst mal Omega mal T rechnen, also die Kosinusfunktion einsetzen, das mit dem wir multiplizieren und ganz zum Schluss Plus rechnen. So, also so von der obersten Struktur, ja, ist das eine Summe. Eine Summe, die aus zwei Summanden besteht, dem ersten Summanden und dem zweiten Summanden. So, und jetzt wollen wir diese Summe ableiten, ja, nämlich hier vorne mit der Ableitung, damit der Strom rauskommt, so, und wenn man jetzt eine Summe ableitet, gibt es zum Glück eine Summenregel für die Ableitung und die Summenregel für die Ableitung sagt einem was? Ja, das sagt die uns gleich, aber erst mal sagt uns die Summenregel, wir können jeden Summanden einzeln ableiten, ja, wir können den ersten Summanden ableiten, wir können den zweiten Summanden ableiten. So, jetzt kommt eine Idee, jetzt leiten wir den ersten Summanden ab, so, jetzt gucken wir auf den ersten Summanden scharf drauf, ich kann ja mal hier irgendwie andere, nee, brauche ich nicht, keine Ahnung, so, und der erste Summand besteht aus dieser Cosinus-Funktion und mal einem Faktor davor, so, und der Faktor davor, steht da ein T drin, hängt der von der Zeit ab? Nö, das ist ein konstanter Faktor, so, was kann man mit einem konstanten Faktor machen, was gilt für einen konstanten Faktor? Kann man einfach davor schreiben, sagt die Faktorregel, den kann ich einfach abschreiben, so, also schreiben wir mal diesen konstanten Faktor einfach ab, minus 10 Milliampere Sekunden, so, und dann kommt die Cosinus-Funktion, so, die Ableitung von der Cosinus-Funktion ist minus Sinus, ja, also weil Sinus abgeleitet ergibt Cosinus, Cosinus abgeleitet ergibt minus Sinus, so, also minus Sinus von Omega T, okay, Cosinus-Funktion abgeleitet ergibt minus Sinus, so, was haben wir jetzt aber noch? Was müssen wir noch beachten? Das ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt Sinus von X, ja, nach X ableite, oder das kann man vielleicht auch so schreiben, indem man sagt, Sinus X abgeleitet, so, ähm, achso, haben wir eigentlich mit Cosinus angefangen, egal, Sinus abgeleitet ergibt Cosinus, haben wir gerade diskutiert, so, und wenn ich jetzt aber hätte die Ableitung von Sinus von 2 mal X, steht vor dem Argument, nach dem ich ableite, noch was davor, so wie hier, ja, ich leite nach T ab, aber vor dem T steht noch ein Omega, was ist denn die Ableitung von Sinus von 2 mal X? Ne, nicht so richtig. Genau, also die Sinusfunktion abgeleitet ergibt ein Cosinus, und zwar den Cosinus von dem gleichen Argument, und dann muss ich noch diese innere Funktion ableiten, nach X, und die Ableitung von 2X, wenn ich d von 2X, nach die T-Rechne, oder eben 2X abgeleitet, kommt da 2 raus, und das ist genau die 2, die uns da noch fehlt. Äußere Ableitung mal innere Ableitung, ja, weil das ist eine verkettete Funktion, ja, die hat eine äußere Funktion, die hat eine innere Funktion, Funktion, und die Ableitung, die Kettenregel für verkettete Funktionen sagt uns, äußere Ableitung mal innere Ableitung. So, und das heißt, die müssen wir noch mal Omega rechnen, ja, weil wir wollen diese Funktion ableiten, Ableitung der äußeren Funktionen, Cosinus abgeleitet ergibt Minus Sinus, von dem gleichen Argument mal die innere Ableitung ist das Omega. So, jetzt haben wir diesen ersten Summanden abgeleitet, ja, und jetzt sagt uns die Summenregel, okay, wir müssen jetzt noch den zweiten Summanden ableiten. So, und was kommt bei der Ableitung des zweiten Summanden raus? Einfach Null, weil der zweite Summand ist eine Konstante, die nicht von T abhängt, und die Ableitung von einer Konstante ist Null. Die schreibe ich jetzt mal ganz explizit mit hin. Okay, so, und dann können wir das jetzt hier einfach ein bisschen hübsch machen, ja, und können sagen, okay, Minus und Minus ist Plus, naja, und dann sind das eben 10 Milliampere Sekunden mal Omega mal Sinus von Omega T. So, das ist jetzt für den Strom rausgekommen, wenn wir die Ladung nach der Zeit abgeleitet haben, ja, und jetzt steht ja hier oben, der Strom soll auch sein 3,14 Ampere mal Sinus Omega T. Also, definitionsgemäß laut Aufgabe soll das auch sein 3,14 Ampere mal Sinus Omega T. So, jetzt sind wir im Prinzip schon so fast fertig, das Omega, die Kreisfrequenz zu bestimmen. Was machen wir jetzt noch als letzten Schritt? Oder als vorletzten, oder wie auch immer. Wenn der Ausdruck genauso groß sein soll wie der Ausdruck, ja, und wir sagen, okay, das Sinus Omega T ist ja schon mal genau das gleiche wie das Sinus Omega T hier, ja, dann muss ja das, was davor steht als Faktor genauso groß sein wie das, was hier drüben davor steht als Faktor. So, also, ich will jetzt hier nicht das Sinus Omega T weg streichen, aber im Grunde streichen wir das jetzt weg. Ich schreibe einfach neu auf, ja, also so ein bisschen so daraus folgt, wenn das und das immer gleich sein soll, dann müssen diese Faktoren gleich sein. Also, 10 Milliampere Sekunden mal Omega muss genauso groß sein wie 3,14 Ampere. So, und jetzt siehe da, wir haben eine Gleichung, wo nur noch eine Unbekannte drin auftaucht, nämlich das Omega. Und das heißt, die Gleichung können wir jetzt wunderschön in Richtung Omega umstellen und das Omega bestimmen. Wie machen wir das? Genau, also durch das hier teilen, ja, wir teilen durch das, dann geht das von der Seite weg durch 10 Milliampere Sekunden teilen und dann bleibt da über Omega sind 3,14 Ampere geteilt durch 10 Milliampere Sekunden. So, und dann kürzen sich natürlich Ampere gegen Ampere, die hätten wir vielleicht auch schon vorher kürzen können, vollkommen egal. So, und 10 Milli kann man auch schreiben als was? Genau, 10 hoch minus 3 schreibe ich mal hinten hin. So, und 10 hoch minus 3 unter dem Bruchstrich könnte ich auch schreiben als 10 hoch 3 über dem Bruchstrich. Ja, und wenn ich 10 hoch 3 durch 10 kürze, dann bleibt hier oben eine 10 hoch 2 über. So, und 10 hoch 2 sind 100 und 100 mal 3,14 sind 314. So, also kommt da raus 314 und die Einheit, die uns hier verblieben ist und da sehen wir, das ist auch die sinnvolle Einheit, die hier rauskommen sollte für das Ergebnis für eine Kreisfrequenz oder eben eine Frequenz sind bis 1 durch Sekunde. So, also 314, 1 durch Sekunde und wenn wir wollten, weiß nicht, da ist in der Aufgabe drin, dass man jetzt auch noch die richtige, in Anführungszeichen, Frequenz ausrechnen soll, dass das F, vielleicht, vielleicht auch nicht, das könnten wir jetzt noch machen, wenn wir wollten und dann sollte da, ja, eben für die Frequenz rauskommen. Ja, wenn Omega 2 mal Pi mal f ist, kriege ich das, kriege ich die Frequenz raus, indem ich was mache? Wie kann ich die Gleichung hin nach f umstellen? Also einfach Omega durch 2 Pi teilen. So, dann steht ja da Omega durch 2 Pi, dann kann ich das Omega einsetzen, das waren 314, 1 durch Sekunde, steht hier unter dem Buchstrich, bleibt hier immer noch eine Sekunde. So und, ja, hier unten steht 2 mal Pi. Pi, so und die 314 könnte ich vielleicht auch als was schreiben, um das mit dem Pi irgendwie wegzukürzen? Pi mal 100, ja. So, also 314 wäre so ziemlich ungefähr dasselbe wie Pi mal 100, dann kann ich Pi und Pi kürzen und dann bleibt 50 durch 2 über, 100 durch 2, ja, das sind 50, das sind immer Text, Bildschere, so. 50 und jetzt schreibe ich dafür als Einheit Herz hin. So und woher kennt man die Frequenz 50 Hertz? Was hat 50 Hertz als Frequenz? Unsere Netzspannung, ja, die aus der Steckdose kommt. Also im Prinzip wäre das jetzt so, was wir, wir haben irgendwas, was mit 3,14 Ampere an einer Steckdose mit Netzspannung betrieben wird und dann schiebe ich in das Gerät im Prinzip diese Ladung rein und raus. So und das hat der Necro-Monger-Gott auch geschrieben, Sinus-Omega-T rauskürzen, dann durch 10 Milliampere teilen. Genau das haben wir jetzt hier gemacht, haben diese Kreisfrequenz, Frequenz ausgerechnet, sehr gut. So, gibt es uns dann erstmal Fragen? Also das wäre jetzt so der Straightforward-Lösungsweg dieser Aufgabe. Man könnte das jetzt auch andersrum machen. Wir könnten jetzt auch praktisch den Strom nehmen, den Strom integrieren, aus dem Strom durch Integration die Ladung ausrechnen und das dann mit dieser Ladung hier vergleichen. Und dann sollte genau das Gleiche passieren, dass da auch eine Formel rauskommt, wo irgendwie das Omega rauspurzelt. So, und vom Verständnis fände ich es jetzt ja gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt nochmal versuchen, und dafür mache ich hier drüben mal ein bisschen Platz, mache mal hier unsere Einheitenbetrachtung und Frequenzbetrachtung weg. Wenn wir jetzt an der Stelle versuchen, das nochmal zu zeichnen, um so eine Idee zu bekommen, dass das so mit der Ableitung und mit dem Zusammenhang zwischen Ladung und Strom auch so passt und funktioniert. In der Aufgabe steht nicht explizit drin, dass man das zeichnen soll, richtig? Da steht einfach nur, man soll das Omega ausrechnen. Ja? Ja, okay. Na gut, dann zeichnen wir uns jetzt trotzdem mal. Dümmer werden wir dabei auf jeden Fall nicht. Und ich male es mal gleich zwei Diagramme. Nämlich ein Diagramm oben für, so wie es hier auch aufgeschrieben ist, für den Strom. Und weil der Strom einer Sinusfunktion gerutscht, was hat die Sinusfunktion für einen Wertebereich? Was kann die für Werte annehmen? Also wenn ich hier irgendwas einsetze und ausrechne, wie klein und groß kann so eine Sinusfunktion werden maximal? Wenn ich eine Sinusfunktion habe und die schwingt so hin und her, was für einen Wert hat die unten und was für einen Wert hat die oben? Minus eins und eins. Genau, sehr richtig. So, und das heißt, ja, also ich muss irgendwie was haben, was, das ist ein bisschen schief geworden, was, wo ich hochgehen kann und runtergehen kann. So, und das, also die Sinusfunktion hat einen Wertebereich von minus eins bis eins und das multipliziere ich jetzt ja mit diesen 3,14 Ampere. Und das schreibe ich jetzt irgendwo hier hin. Also hier wären plus 3,14 und hier unten wären irgendwie minus, minus 3,14 und dazwischen schwingt jetzt diese Sinusfunktion. Und ich mache mir mal hier so ein paar Striche dran und sage mal, das soll Hälfte der Periodendauer sein, das kann hier so ungefähr die ganze Periodendauer sein. So, und hier ist das T, die Zeitachse, ja, und hier ist der Strom I von T in Ampere. So, und wenn ich jetzt eine Sinusfunktion habe, dann sieht die so aus, die geht so hoch, hat hier ihr Maximum, nee, halt, ich wollte das ein bisschen, das war jetzt ungünstig, ein bisschen schneller zeichnen, das kriege ich dir ja gar nicht ganz drauf. Also, dann soll die hier ihr Maximum haben, hier hat die den Nulldurchgang, hier hat die das Minimum, da hat die den nächsten Durchgang. So, so muss die jetzt aussehen. Also, das wäre jetzt genau diese Sinusfunktion. Hier wäre T halbe, hier wäre T viertel, hier wäre 3 T viertel, hier wäre T eine Periodendauer. So, wie wir hier Periodendauer hingeschrieben haben und daraus ergibt sich eben die Frequenz. So, und jetzt male ich noch ein zweites Diagramm. Und das zweite Diagramm mache ich mal ein bisschen so, dass ich oben mehr Platz habe als unten. Das wird genauso die Zeitachse, das wird jetzt das Q von T. Ich nehme hier ein kleines Q, weil das auch zeitabhängig ist und versuche hier mal ungefähr so die gleiche Zeiteinteilung hinzubekommen. Also, hier soll auch wieder T sein, hier soll T halbe sein und so weiter. So, und ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, also ja, wie sieht diese Funktion aus oder wie sieht die ganze aus, wie kann ich das jetzt irgendwie zeichnen? Also, das ist eine Sinus-Funktion. Wie sieht eine Kosinus-Funktion aus? Sag mal nochmal. Mit was für einem Wert startet die Kosinus-Funktion eigentlich? Wenn ich einen Kosinus von 0 ausrechne, was ist der Kosinus von 0? 1. Ja, also die Kosinus-Funktion startet eigentlich hier. Startet oben und geht dann runter. So, und jetzt habe ich ja nicht, ich habe nicht eine, also ich nehme mal nochmal irgendwie eine Farbe, die jetzt nicht so grell ist. Also, wenn ich einfach nur eine Kosinus-Funktion ausrechne, wenn ich nur das hier ausrechne, dann sollte das im Prinzip so aussehen. Also, Kosinus-Funktion, hier ist der Nulldurchgang, hier ist das Minimum, hier ist der nächste Nulldurchgang und hier ist wieder ein Maximum und hier ist wieder ein Nulldurchgang, hier ist das nächste Minimum. So sollte eine Kosinus-Funktion aussehen. So, jetzt habe ich aber ja nicht Kosinus, sondern ich habe Minus-Kosinus. So, was macht das Minus-Kosinus? Und das war hier unsere blaue oben, grüne war die Sinus-Funktion. So, was macht das Minus mit der Kosinus-Funktion? Wenn ich ein Minus vor eine... Verschieben, verschieben wäre. Naja, verschieben nicht so richtig. Verschieben macht das hier hinten nachher, wenn ich Plus rechne. Was macht das Minus davor? Also, können wir uns ja überlegen, wenn ich jetzt ausrechne, Kosinus von Null, hatten wir ja gerade. Kosinus von Null war 1. So, wenn ich da ein Minus davor schreibe, wird eine Minus 1 draus. Wenn ich jetzt gucken würde, ich habe hier den Kosinus von Pi halber ausgerechnet, oder von der halben Periodendauer hier. Ne, das ist Kosinus von Pi, Entschuldigung, aber sozusagen halbe Periodendauer, Kosinus von Pi. Dann kommt da Minus 1 raus. Wenn ich vor das Minus 1 ein Minus schreibe, wird ein Plus 1 draus. So, also das Minus davor, das dreht alles um. Also, nochmal eine andere Farbe. Wenn ich jetzt hier das Minus mit dazunehme, ja, und sozusagen diesen ganzen Spaß hier zeichne, mit Orange, dann wird aus Plus, Minus, sozusagen die Nulldurchgänge bleiben natürlich die gleichen, die Nulldurchgänge bleiben die gleichen, hier wird das wieder umgedreht und so weiter. Also, das Gelbe hier war eine Kosinus-Funktion, schreibe ich mal hier hinten dran, Kosinus von Omega t. Und das Orange wird jetzt die Minus-Kosinus-Funktion. Also, sie startet hier mit Minus 1, geht hoch, hat ihren Nulldurchgang, erreicht ein Maximum, geht wieder runter, geht wieder hoch und so weiter. So, das ist Minus-Kosinus von Omega t. So, und jetzt kommt zu dem Minus-Kosinus von Omega t. Jetzt kommt hier hinten noch was dazu. Und das, was dazukommt, ist von der Amplitude her genauso groß, wie die Kosinus-Funktion selbst. Also, oder, ja, wie die Kosinus-Funktion eben multipliziert mit dem. So, also, am Anfang fängt die Kosinus-Funktion mit Minus 10 Milliamperesekunden an. Ja, weil das haben wir gerade gesagt, ist ja Minus 1. Und jetzt kommen zu diesen Minus 10 Milliamperesekunden, die mit der 1 multipliziert werden, nochmal 10 Milliamperesekunden dazu. So, also kommt da was raus. Wenn ich, wenn das hier jetzt den Wert 1 annimmt, und ich rechne Minus 10 Milliamperesekunden plus 10 Milliamperesekunden, kommt 0 raus. So, und da nehme ich jetzt noch irgendeine andere Farbe, meinetwegen Rot, ja, Rot für den ganzen Spaß, von Gelb über Orange zu Rot. Bin ich bis hinten, bis hier. Haben wir jetzt die ganze Funktion gezeichnet und die sieht jetzt so aus, dass ich diesen Punkt, aus dem wird genau der hier, wird genau 0, ja. Und aus dem hier hinten wird auch wieder genau 0. Und, also, ich nehme jetzt die ganze Funktion und schiebe die überall um genau diese Länge nach oben. Also, komme ich da ungefähr hier hin und hier komme ich ungefähr da hin. Und da, wo mal der Nulldurchgang war, da lande ich eben ungefähr bei 1. So, und dann sieht die Funktion, zum Zeichnen muss ich mich immer direkt davor stellen, damit das irgendwie gerade und perspektivisch korrekt wird, dann sieht diese Funktion ungefähr so aus. Ja, hier hinten ist jetzt ein bisschen schief geworden, aber egal. So, also, die fängt bei 0 an und hier hier ist 0, hier sind die 10 Milliampere Sekunden und hier oben, da wo wir das Maximum hier erreichen, da sind dementsprechend 20 Milliampere Sekunden. So, so würde jetzt die Ladung aussehen in dem Fall. So, und jetzt kann man sich fragen, okay, warum haben wir das jetzt gezeichnet? Das sieht ja nett aus, ja. Also, weil man sich jetzt an der Zeichnung natürlich nochmal überlegen kann, ob das hier so passt, ob das hier so stimmt, mit der Ableitung zum Beispiel. So, und was, also weil, wenn ich den Strom, wenn ich die Ladung ableite, sollte da der Strom rauskommen. So, und jetzt ist die große Frage, wie mache ich denn solche Ableitungen grafisch gesehen, grafisch betrachtet? Was heißt denn das, eine Funktion abzuleiten im grafischen Sinne? Vielleicht gibt es hier eine, eine Idee im Chat, wie kann man, also was heißt es, eine Funktion abzuleiten, grafisch betrachtet? Weil wir haben die jetzt gezeichnet, ja. Ja, und unsere Formel sagte uns ja vorher, wenn ich die Ladung ableite, sollte der Strom rauskommen. So, und da wir die jetzt beide gezeichnet haben, können wir das ja überprüfen, ob das so stimmt. Und wir können uns das auch noch andersrum überlegen, dann mit der Integration auch noch, auch wenn wir das nicht ausrechnen. So, also was heißt es, grafisch gesehen, eine Funktion abzuleiten. Na ja, das was dahinter steckt, ist, ich gucke mir den Anstieg einer Funktion an. Ja, also bei der, bei der Ableitung haben wir gesagt, es geht ja darum, wie ändert sich was? Wie ändert sich, wenn die Ladung sich ändert, dann fließt ein Strom. Wenn die Ladung sich stärker ändert, fließt mehr Strom. Wenn die Ladung sich gar nicht ändert, wenn die konstant bleibt, warte mal hier hinten irgendwie, Ableitung einer Konstante ist null. Wenn die Ladung konstant bleibt, fließt kein Strom. Also es geht um Änderung, es geht um Anstieg. So, und jetzt, da nehme ich hier mein Tablet als Anstiegsmarker. So, also gucken wir mal hier vorne, Anstieg, ich halte das Tablet als Tangente, als Anstieg an die Kurve ran. So, halt, nee, wir müssen ja von hier unten ausgehen. Wir nehmen die, wir nehmen die Ladung, wir leiten die Ladung ab, wollen den Strom rausbekommen. Also ich muss hier unten anfangen. Das ist, die rote Kurve ist unsere Ladungskurve. So, wie groß ist hier der Anstieg? Null. Kann ich gucken? Ist hier oben auch tatsächlich null. So, jetzt fahre ich hier die Kurve lang, was passiert mit dem Anstieg? Steigt an? Ah, siehe da, Kurve steigt an. So, jetzt bin ich hier angekommen, ja, hier hat es jetzt, wie man sagen würde, so einen Wendepunkt, ja, vorher fahre ich eine Linkskurve, jetzt fahre ich eine Rechtskurve. Hier ist der Anstieg am größten, wenn ich hier so genau an der Stelle bin. Ah, siehe da, die Funktion hier oben tatsächlich hat ein Maximum, die ist da am größten. Ja, jetzt wird der Anstieg wieder kleiner, wie ich gesagt habe, ich wechsle von einer Linkskurve auf eine Rechtskurve, der Anstieg wird wieder kleiner, 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 oh ja, Funktion wird kleiner. Wie groß ist der Anstieg hier oben? Null. Oh, siehe da, Funktion ist null. Ja, so, dann geht es hier so weiter, Anstieg wird jetzt negativ, also steigt betragsmäßig an, wird aber negativ, ja, okay, Betrag wird negativ, dann habe ich hier ungefähr den nächsten Wendepunkt, hier wechsle ich wieder von einer Linkskurve auf eine Rechtskurve, hier habe ich dann das Minimum hier oben und dann wird der Anstieg betragsmäßig wieder kleiner und geht gegen null und genau das passiert hier, ne, und jetzt bin ich einmal durch diesen Zyklus durch. So, also, also das funktioniert, ja, das ist genau das, was grafisch hinter solcher Ableitung steckt und bei ganz vielen solchen Aufgaben mit Ladung und Strom und so, da steht immer drin, man soll das mal zeichnen und das steht da nicht aus Spaß und Freude drin, damit man irgendwie sein Blatt vollschreibt, sondern damit man mal drüber nachdenken kann, ob das ja stimmt, was man ausgerechnet hat. Ich meine, hier haben wir jetzt ja nicht wirklich was ausgerechnet, wir haben ja nur einmal diese Ableitung ausgerechnet, aber, okay, bei der Ableitung kam ja immer genau das gleiche raus, wie hier oben, so, und das heißt, das passt schon. So, jetzt könnte man das eben auch andersrum machen und könnte sagen, ich nehme den Strom und integriere den und wenn ich den Strom integriere über der Zeit, sollte die Ladung bei rauskommen, ja, so, und integrieren geht eben immer, nehme ich wieder mein Tablet, integrieren geht, indem ich mir, ja, oder wie geht grafisch integrieren? Was, was rechnen, den Band im Prinzip aus, wenn man ein bestimmtes Integral ausrechnet? Was, wie, wie kann man ein Integral grafisch bestimmen? Genau, von einem, also meinetwegen kann auch, wenn wir von hier bis hier integrieren oder von hier bis zu irgendeinem Punkt integrieren, was muss ich dann im Endeffekt bestimmen oder was muss ich mir anschauen? Was ergibt das Integral über eine Funktion? Den Flächeninhalt unter der Kurve, genau, ja, so, und das heißt, ich nehme jetzt, also ich fange hier vorne an, es geht um den Flächeninhalt zwischen der Kurve, der x-Achse und praktisch einer vertikalen Linie, die ich jetzt hier mit meinem Tablet mache, so, und, also, ne, die, ich, hier kommt jetzt so immer Fläche, Fläche dazu, so muss ich das jetzt mir vorstellen, ich fahre hier so drüber und gucke mir den Flächeninhalt an, so, wie groß ist der Flächeninhalt hier am Anfang? Also, ganz am Anfang ist er null und dann kommt da ganz wenig dazu, ja, da kommt erstmal ganz wenig Flächeninhalt dazu und deswegen steigt das hier unten auch ganz langsam an, so, und dann, wenn ich hier aber weitermache, dann kommt da immer mehr Flächeninhalt und immer mehr Flächeninhalt dazu, ja, und hier kommt sozusagen am meisten Flächeninhalt dazu und wenn am meisten Flächeninhalt dazu kommt, dann ist der Anstieg hier unten auch am größten, ja, aber hier habe ich jetzt diese ganze Fläche aufgemacht, so, und dann geht das hier so weiter, ja, dann kommt da immer noch Flächeninhalt dazu, immer noch Flächeninhalt dazu, aber das wird jetzt wieder ein bisschen weniger, immer weniger, immer weniger und deswegen wird der Anstieg hier unten auch eben flacher und flacher und flacher und spätestens, wenn ich hier an dem Punkt angewende, dann kommt gar keine Fläche mehr dazu, und wenn keine Fläche mehr dazu kommt, dann ändert sich das Integral auch nicht mehr, dann ändert sich die Stammfunktion nicht mehr, so, dann sind wir an dem Punkt hier angekommen, und jetzt kann man so ein bisschen darüber nachdenken, ja, wenn ich über so einen Sinusbogen integriere, die Fläche von so einem Sinusbogen, der ist ja hier Pi lang und der ist 1 hoch, die Fläche ist genau 2, der Flächeninhalt da drunter, und deswegen sind wir sozusagen hier 1, 2 Längeneinheiten hoch, wenn man so will, so, und jetzt fängt das Spiel hier an, ja, also, es kommt wieder Fläche dazu, aber die Fläche ist, ja, unterhalb der X-Achse oder unterhalb der Zeitachse, was so viel bedeutet wie, wenn ich Fläche, also, die Fläche hier zählte positiv, und die Fläche zählt negativ, also, die ziehe ich ab, ja, so, und deshalb, jetzt ziehe ich von der Funktion hier unten immer wieder ein bisschen was ab, erstmal nur wenig, ja, und dann hier, hier ganz viel, ja, hier hat die sozusagen den meisten Flächenverlust und so will, deswegen, sinkt die ja am steilsten ab, und hier zum Schluss habe ich dann wieder nur ganz wenig Fläche, wenig Fläche, wenig Fläche, die ich abziehe, und dann wird der Anstieg, geht der Anstieg hier unten wieder gegen 0, so, und weil ich natürlich am Ende, ähm, genauso viel Fläche hier, Plus gerechnet habe, wie ich hier Fläche Minus gerechnet habe, ja, starte ich von 0, und n am Ende auch wieder bei 0, und gehe wieder hoch und gehe wieder runter und n am Ende auch wieder bei 0, so, und das heißt, das ist nicht durch Zufall so, dass das so ist, sondern das passt schon genau so, dass, wenn ich von hier, ja, ähm, also von hier nach hier integrieren wir Integration und in die andere Richtung ist es eine, wo schreibe ich das hier hin, ist es eine Ableitung. und das ist, kann man sich für ganz viele Aufgaben mit so Ladung und Strom und so, ist es immer sinnvoll, das mal zu zeichnen, meistens steht es in der Aufgabe drin, dass man das mal zeichnen soll, und wirklich genau so in diesem Sinne darüber nachdenken, ja, so, und, ähm, ja, was, was noch wichtig ist, das wird jetzt in der Lösung hier gar nicht so explizit, ähm, weil wir ja sowieso schon Sinus- und Kosinus-Funktionen haben, die immer so harmonische Funktionen sind, ja, die nicht, die keine Sprünge drin haben und sowas, also, was auch immer man rechnet und was auch immer man macht und was auch immer man zeichnet, das, was die Ladungskurve am Ende niemals machen darf, ist irgendwie springen, weil das funktioniert nicht, ja, ähm, die Ladung, also physikalisch gesehen, die Ladung ist eine Haltungsgröße, ja, ich kann nur Ladung von einem Punkt an einen anderen Punkt bewegen, da muss aber ein Strom fließen, und der Strom braucht eben praktisch ein bisschen Zeit, bis der fließt, ja, natürlich kann ich viel Strom, mit viel Strom auch Ladung schnell bewegen, aber ich kann nicht instantan Ladung von hier nach dort bewegen, das geht nicht, die muss als Strom fließen, so, und deshalb kann, die Ladung kann nicht springen, ich kann nicht in dem Moment viel Ladung haben und im nächsten Moment gar keine mehr, das geht nicht, ja, die Ladung kann sich nur kontinuierlich ändern, so, und das macht auch total Sinn, dass das so ist, weil, wenn jetzt die Ladung hier meinetwegen auf einmal runterspringen würde, ja, dann würde das ja heißen, von hier nach hier, was machen wir, wir rechnen eine Ableitung aus, so, und die Ableitung von so einem Sprung, die gibt es eben nicht, ja, oder die wäre unendlich groß, oder unendlich klein, so, und deshalb, also Ladung darf nicht springen, und das kann man sich auch natürlich andersrum überlegen, ich, ne, das hier unten ergibt sich ja durch, die Ladung ergibt sich aus dem Strom durch Integration, und ich kann ja immer nur Fläche hier sozusagen stückchenweise dazubringen, oder stückchenweise abziehen, aber ich, ne, das kann sich hier nur kontinuierlich ändern, das kann nicht, ich kann ja nicht auf einmal ganz viel Fläche dazubringen, das geht nicht, ja, das funktioniert nicht, so, also, das ist nochmal so eine ganz wichtige Sache, Ladung darf nicht springen, was auch immer man zeichnet, die Ladung darf nicht springen, negativ werden könnte die schon, kein Problem, aber Ladung darf auf keinen Fall springen, weil Ladung eine Haltungsgröße ist.